Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Fiesta Online. Wie lang ist das her? Oh ja. So, das erste was ich machen will, ich war mal wieder schocken, ich konnte es nicht lassen, ist, dass ich meine Waffe nochmal aufwerten will. Ich habe mir nämlich ein paar Items dafür geholt. Dann mach das mal. Und dann kann ich euch nämlich mal zeigen, wie das wäre, wenn wir das mit den Hilfs-Items machen. Ich habe da, ich habe fünf Seiten voller Top-Items. Und das Kostüm, was wir da vom Adventskalender noch haben. Das habe ich mir gerade reingeschmissen. So, also, was brauchen wir denn dafür? Wir brauchen Ahmet den Rubin-Glücksbringer. Ähm, mehrere goldene Juwele. Und ein Lapis-Lazeli. Den brauchen wir auch noch. So. Dann gehen wir mal auf Verbessern. Ach Mist, ich muss ja jetzt irgendwas rausschmeißen. Ähm, komm, schmeißen wir das hier mal raus. Braucht kein Mensch. Juhu. In der Hoffnung, dass jetzt meine Waffe natürlich nicht kaputt geht. Na, eigentlich sollte... ...nicht der Fall sein. Du hast ja jetzt einen Weihnachtskrampf da hinten bei dir drauf. Mhm. Ganz schick. So, dann machen wir erst mal den hier. Können wir eigentlich zwei davon einsetzen? Ne, können wir nicht. Okay. Dann machen wir erst mal den hier, um Platz in den Inventar zu schaffen. Und ja, dann fangen wir mal an. Weil jetzt ist uns Glück gesteigert, dass wir die Waffe aufwerten können und dass sie halt nicht kaputt geht. Habe ich mir eben gerade nochmal gegönnt. Juhu. Einmal aufgewertet. Jetzt ist es plus vier. Achso, jetzt brauchen wir ja hier noch den Stein. Hier vorne noch irgendeinen. Ne. Dann haben wir jetzt... ...hier noch welcher. Oh Gott, ich hoffe es klappt. Ich würde gerne meine Waffe bis, äh, das Plus 9 aufwerten. Ob das was wird, ist, äh... Okay, das war ein Misserfolg. Ist aber noch nicht abgewertet, das ist gut. Oh Gott, das soll doch funktionieren. Ja. Also ich hab's, äh, vorhin, als ich alleine ges... Äh, nee, gestern, wo ich alleine gespielt hab, da hat's funktioniert. Okay. Da hab ich das hingekriegt. So, plus 5. Und einmal noch. Dann hab ich die Waffe zumindest auf plus 6. Willkommen. Das war ein Misserfolg. Ist aber nicht abgewertet worden. Ich bin grad froh, dass ich so viel gekauft hab vorhin. So, plus 6. Jetzt meine ich, dass wir damit weitermachen müssen. Ich bin bald soweit, keine Angst. Ja, alles gut. Deswegen nicht. Äh, vorhin mal was. Ich will nur gucken, dass ich meine... ...Waffe hier... ...voraufgewertet kriege. Aber wär zumindest mal ein Erfolg für mich selbst. Weil die Waffe haben war ja jetzt, glaub ich, 10 Level. So, plus 7 hat schon mal geklappt. Uh, ist das spannend. Mal gucken, ob plus 8 klappt. Ich möchte nämlich mal wissen, wie die plus 8 Waffe dann aussieht. Die hat nicht geklappt. Wurz abgewertet. Nein. Uh. Ich hab ganz los Hände vor. Furcht. Aufregung. Äh. Komm schon, komm schon, komm schon. Yo. Plus 8. So, vorwärts halber. Ach Mist, wir haben jetzt gar kein... Okay, ich hab gar kein Steinchen dafür mehr. Müsste ich herstellen. Kann ich denn noch was? Hä? Müsst du was herstellen? Ja, mir fehlt da so ein... Ach. Ja, dafür hätte ich die Topass-Dinger da gebrauchen können. Die ich leider aus meinem Inventar entfernt habe. Na, egal. Ich hab's trotzdem bis plus 8 geschafft. Das ist schon mal ganz schlecht. Jetzt muss ich nur gucken. Alter. Das ist doch nicht meine geile Waffe. Oh, das hat was. Alter. So. Sieht gut aus. Warte kurz. Wir werden sofort weitermachen. Ich muss nur kurz die Lippe einfetten, sonst... ...reißt die wieder. Jedes Mal im Winter krieg ich so brüchige Lippen. Das ist richtig ekla... ...eklaft. So. Jo, verkaufe ich meine Sachen? Ich denke mal, die ich hier noch habe. Aber den... Wobei, den Bogen würde ich, glaube ich, nicht verkaufen. Den würde ich dann versuchen, unter die Leute zu bringen. Und die... Hast du Erzmagier-Schuhe? Ah, ne, du bist ja gar kein Erzmagier, Entschuldigung. Du bist ja... Du bist ja Priester. Ich vergesse es immer wieder. Gut. Gut. Was müssen wir denn erledigen? Ja, genau. Ja, genau. Da... Ich hatte jetzt noch, äh... Aquest... Sagst du mir dann, ob nehmen soll oder nicht, ne? Mhm. Äh... Alter Edelsteinstaub. Alter Seelenstaub. Ähm... Hast du die im Inventar gerade? Die ist verfügbar. Achso. Achso. Achso, jetzt... Achso, ja. Stimmt. Ähm... Ja, kannst du ruhig annehmen. Kannst du dir ja da vorne kaufen oder... Hab ich noch was? Ja, kannst du annehmen. Gut. Dann... Wer war denn der Dings? Achso, ich muss dich kurz auch noch in die Gruppe einladen. Ja. Äh... Deiner Echsenmann, vier Stück. Ja. Dann... Dann, 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 dann... Äh... Da Bräuberhacke, fünf. Ja. Gut. Hmm... Dann... Kebinge und gestohlene Seelen. Ja. Gut. Alter Edelstein-Stopp, alter Geister-Stopp. Irgendwie das zerbrochene Fenster. War das nicht das, was du vorgelesen hattest? Nee, das war was anderes. Ja, kannst du weglassen. Okay, und... Ja, das war's. Okay. So, hab ich nicht noch irgendwelche Flügelchen hier? Komm, ich guck mal, was in dem... Welche noch drin ist? Oh, ein Rentiergeweih. Okay, damit bin ich auch zufrieden. Sorry, ich hab irgendwas. Aber dieser Bogen sieht einfach so cool aus. Alter. Ich glaub, das wird eine Waffe sein, die ich mir nicht verkaufe. Wär richtig geil aus. Wär auch nicht so gut. So, gut. Dann... Schauen wir mal, wo wir hin müssen. Also, ich muss auf jeden Fall in die Pulsarankammer. Da wirst du noch nicht hin müssen. Ich komm trotzdem mit. Echt? Okay. Ja. Hast du irgendwie ein Reitier? Ich hab ja keine Wahl. Jo, ich hab hier dieses Stinktier. Ne. Ne, wo ist er denn? Ein Waschbär, genau. Ja, okay. Dann nehm ich nämlich meinen Waschbär auch mal. Ich hab zwar ne Katze, aber dann wird mein Inventar wenigstens wieder frei. Und wir laufen gleich rum. Irgendwie niedlich. Hm. Geht. So geht? So besser als das Schultzpferd, ja. Aber alles ist besser als das Schultzpferd. Das stimmt ja, der letzte Part, oder die letzten zwei Parts haben ja nicht funktioniert. Die sind ja kaputt gewesen. Fällt mir gerade mal so ein, wo wir hier rumgealbert haben. Umgealbert sind. So. Hm. Wenn wir das tun würden. Ja. Immer. Ständig. Durchgehend. Ja, du. Ja, ich. Nicht. Jetzt du auch. Nee, nee, Quatsch. Wenn man aus der Kamera wieder rausnimmt, ich brauch hier einiges. Ja. Ich brauch hier auch noch so ein, zwei Sachen. So. Ich hab mir eben nur mal ein paar Spruchrollen genehmigt. Na, was hab ich da eigentlich noch? Stimmt. Stimmt, die müssen... Oh, ich muss auch mal wieder was herstellen. Unbedingt. Na, meine nachher einfach mal. Wenn wir wieder in die City müssen. Liegt das soweit? Achso, vielleicht kannst du hier ja auch was gebrauchen. Hier gibt's zum Beispiel ja auch Kebinge und Grappropper. Ich weiß nicht, ob du da was hast. Ja, stimmt. Grappropperhaken, Kebinge und gestohlene Seelen. Ja. Dann kannst du hier nämlich auch ein bisschen was wenigstens erledigen. Ähm... Ach stimmt, ich hab hier meinen... Oh, okay. Wir sind jetzt einfach umgefallen. Ja, ich bin halt so stark mittlerweile. Ach, egal. Ist ja nichts für. Nicht schlimm, die lassen hier das fallen, was ich brauche. Diese Seelen. Grappropperhaken oder... Oh, ne Karte. Achso, ja, stimmt. Das sind ja deine Dinger. Der ist grad so, hä? Warum lässt das das für mich fallen? Ups. Ähm... Den hier, den brauche ich auch. Ja, die Waffe ist schon sehr, sehr, sehr gut. Ich kann mich nicht beklagen. Apropos, was brauche ich denn noch an... Karten? Stimmt, nach Mara müssen wir noch Aufschau halten. Magiebuch brauche ich. Ups. Magiebuch. Den Echsenmann und den Grappropper brauche ich immer noch. Haaa... Ja, toll. Wieder nur eine Grappropper C. Das bringt mich nicht wirklich weiter. Oh, den Schleim brauche ich auch immer noch. Den Pinky brauche ich noch. Okay. Das eine oder andere bräuchte ich auf jeden Fall noch an Karten. Stimmt, da fällt mir ein. Um das zu vereinfachen, habe ich ja noch ein anderes Item. So. Brauche ich gerade nicht. Aber das könnte noch sinnvoll sein. Einmal. Ja. Und... noch einmal. So. Wunderbar. Ich liebe meinen Charakter jetzt schon. Wo soll's sein? Ja, die Jägerklasse ist einfach... mein Fable. Ey, der hat mich getötet, dieser Penner. Was ist denn für einer? Ja. Das ist... Das ist ein stärkerer... Räuber... Dingens. Ich hätte sich eventuell vorwarnen sollen. Ich wusste nicht, dass da... Bestimmt. Ich wusste nicht, dass du da stehst. Immer noch. Aber den fiesen Knilch, den brauche ich. Der hat nämlich ein Item, was ich brauche. Bist du eigentlich gespawnt? Ich bin wieder hier. Ah. Das ist gut. Ach. Nee. Hä? Jetzt war ich gerade so leicht verwirrt. So. Sterbt, meine Kleinen. Sterbt. Und Lehmstrank. Ah, ist hier hinten irgendwas, was ich brauche? Nur dich hier. Dich brauche ich noch. Jetzt ist es fein. Jetzt ist es fein, jetzt ist es fein. Fein, 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 fein. Fein, 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 fein. Fein. Ei, ei, ei. Ei. Man sollte eigentlich meinen, dass ich nach dem Stream heute auf jeden Fall Sitzfleisch angesetzt habe. Wobei ich auf jeden Fall nochmal, oder heute zumindest öfter nochmal aufs Klo rennen darf. Ich habe eindeutig zu viel getrunken heute. Also an. Wasser. Wobei ich mir vielleicht nachher doch noch so ein oder zwei Gläser Wein genehmige. Joa. Sofern du denn noch wach sein solltest. Ja, das finde ich nämlich. Joa. Joa, dann können wir vielleicht noch ein paar Runden, denn der Bedellert oder so. Joa, klingt gut. Aber wir müssen zumindest ein, zwei Parts schaffen. Jaja, kein Problem. Da ja die letzten beiden leider in die Brüche gegangen sind. Es ist aber noch nicht so spät, ne. Wir haben gerade mal 2021, also bitte. Hier den Viechern würde ich erstmal an deiner Stelle noch nicht zu nahe kommen. Ach Quatsch, komm her. Du hast recht. Ja, die könnten aus der Matschepampe machen. Ja. Ich weiß mal, dass meine Ablenkzeit von den Zaubern ein bisschen verringert. Ja, stimmt. Das ist jetzt wieder sinnvoll. Das Schlimmste ist jetzt so, dass ich gleich wieder aufs Klo rennen muss. Ich versuche hier nochmal ein paar zu machen. Jetzt so schneller können wir dann nämlich deine Quatsch machen. Wobei ich hier von den Viechern die Karten noch brauche. Joa, hier habe ich meine, also... Ja, wie gesagt, wir müssen ja noch... Ja, die... 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 Ja, die... Joa. So, warte. Ich will einmal kurz die neueste Karte öffnen. So. Oh Gott, was hier aufs Klo. Ja, ich kann dich hier aber nicht allein lassen mit den Viechern. Das Viechern. So, ich kann noch aufs Reitier gehen. Ich sehe doch nichts. Naja, wenn ich jetzt aufs Klo rennen würde, wäre das etwas sehr schlecht. So. Na komm, die machen wir da hinten noch. Dann rennen wir kurz zurück. Aber ich glaube, ich muss dann doch etwas nötiger. Mal kurz auf die Reittiere. Warte. Oh. Okay, dann musst du halt rennen. Toll. Ich dachte, du kriegst die mal eben für mich. Ja. Bist du denn drauf, ey? Ist ja... Es ist ja unverschämt. Dann bewegt sich doch nicht so. Toll, und die ist doch noch direkt bei dem Fetten. Junge, ich muss aufs Klo. Sammle die... Achso, okay, ich hab noch Inventarplatz. Ich wollt grad sagen, sammle wenigstens die Kartoff kurz ein. Aber... Ich hab noch etwas Inventar... Platz. Ja, du kannst doch jetzt wieder auf dein Reitier. Ich dachte, es soll einem besser gehen, wenn man viel trinkt. Dabei geht's einem viel schlechter danach. Ja, klar, man muss öfter laufen, ne? Ja, das hat aber schon nichts mehr mit Laufen zu tun. Nicht? Ich hab mich einfach nur aufgebläht. Am Brot kann's nicht liegen. Am Brot kriegt man keinen Blähbauch. Eigentlich. So. Äh, wir sind gleich wieder da. Wobei, der Part eh schon zu Ende ist, seh ich gerade. Wir sind ja bei 20 Minuten. Also, wir sehen uns im nächsten Part. Tschüss! Tschau!